Jo Leute, Pew Greaker Fireworks wieder am Start für euch und heute gibt es hier mal eine schöne Feuerwerksmischung in den USA, hier mit echt interessanten Artikeln, wie zum Beispiel dem Schwert hier. Sowas gibt es in Deutschland auf jeden Fall nicht und auch schönen Vulkanen und hier vielleicht sogar Leslie Moskitos so in der Art. Ja, die ersten Artikel werde ich euch dann natürlich noch mal vorstellen, wenn sie gezündet werden und ich hoffe, euch gefällt hier das Video. Los geht's! Jetzt kommen hier Miss Catys Pyroturtles von Duck Commanders Fireworks. Boah, der ist richtig hoch abgehoben. Richtig geil. So Leute, jetzt kommt hier das Zorro-Schwert. Und jetzt kommt hier ein etwas größerer Vulkan und zwar der Showcase von TNT Fireworks. Bist. Ja, hier ist richtig gut. SPAIN 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 Auf Wiedersehen. Der hat sich jetzt gerade selbst zerlegt. Wirklich cool. Und da hinten geht es wirklich richtig ab. Richtig geil. Jetzt kommt hier die Cheeky Faun mit einem lustigen Affen drauf von TNT Fireworks. So, jetzt kommen hier ein paar Moskitos aus Deutschland. Hier heißen die nur Zips. Jetzt kommen hier die Magnum Flasher von Black Cat. So sieht hier ein einzelner aus. Wird sehr Blitz und Donner von Komet ähneln. Applaus 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 So Leute, jetzt geht's. Jetzt kommt ja eine Screaming Eagle-Rakete. So Leute, jetzt geht's.